hey leute heute habe ich das thema hat die sicht auf die trennung verändern also in welche richtung soll das heute genau gehen ziel nach einer trennung ist für den fallen gelassenen immer wieder glücklich zu werden wie er das erreicht ist mir ehrlich gesagt egal ob dadurch dass er sagen wir einfach ihr und nicht er denn die chance ist groß dass wenn ihr euch so ein video anschaut ihr genau derjenige seid also ob dadurch dass ihr eure ex zurückgewinnt eure ex vergesst jemand neuen kennenlernt oder mit euch alleine glücklich werdet das ist mir alles egal hauptsache ihr werdet wieder glücklich und ich habe sehr gerne meinen anteil daran und helfe euch dabei so gut ich kann warum ist mir das so ein anliegen naja weil es mir vor kurzem genauso ging und auch ich gemerkt habe dass gewisse einstellungen menschen einem da sehr gut den weg vorgeben können also egal was für ein ziel ihr euch setzt ihr seid am boden und die negativität die die welt euch entgegenwirft hält euch auch dort euer ziel ist es wieder glück spüren zu können vermutlich wünscht ihr euch alte zeiten zurück in denen ihr exakt das so stark gespürt habt dass ihr es beinahe greifen könnt und wollt dass es wieder so wird das ist leider ein falscher denkansatz denn obwohl ihr dieses glück generell wieder spüren könnt wird es euch nichts bringen alle situationen nachzuspielen sondern ihr müssten neue momente und eindrücke anpeilen um das wieder so haben zu können nostalgie ist so eine sache meistens erinnern wir uns nur an die wirklich guten momente und lassen die schlechten außer acht aber wenn wir versuchen würden sie eins zu eins nachzuspielen würden wir nicht genau dasselbe fühlen wie damals und unsere erinnerung daran ist komplett überhöht auf eine ex könnt ihr das ganze auch nicht anwenden denn eins zu eins die beziehung die ihr hattet ja das hat mit der trennung geendet weil ihr was gefehlt hat jetzt denkt man sich aber ich kann es doch jetzt besser machen ja vielleicht aber die überzeugung dass ihr beide eine zukunft habt ist bei ihr weg ohne diese überzeugung die von ihr aus kommen muss ist vieles von euch schlichtweg weniger wert also denkt nicht dass diese denkweise was bringt oder sie endgültig von euch überzeugen kann euer ziel muss euer eigenes glück werden weshalb ihr das erreichen wollt ist für den anfang absolut unwichtig ihr müsst nur die richtung wissen in die ihr gehen müsst um aus eurem schmerz rauszukommen um ihn vielleicht sogar für euch arbeiten lassen zu können in paar monaten verspreche ich euch wird der weg sein und entweder saßt ihr die ganze zeit in eurem selbstmitleid rum und habt nicht klar denken können oder ihr habt den gedanken daran wieso weshalb warum mit ihr manchmal sogar genutzt um euch zum weitermachen zu motivieren ihr könnt euch jeden einzelnen grund den ich euch vorher genannt habe als ziel setzen das geht alles vollkommen klar denn der weg ist derselbe ihr müsst erkennen dass ihr jetzt nichts aktiv bei ihr ändern könnt jeder kleine erfolg bei ihr wäre nur temporär und eigentlich reines glück er würde den zweifel den sie mit euch hat nicht einfach beiseite wischen und jeder kleine fehler wäre euer erneutes ende sie sieht euch nicht mehr wie früher wie ihr früher für sie wart und an diesen punkt müsst ihr als erstes selbst wieder kommen steht auf nehmt euch jeden tag aufs neue was vor was ihr erreichen wollt macht das weiter bis ihr den tag über nichts anderes tut als euren schmerz als motivation und kraftreserve zu nutzen es wird anfangs vielleicht nur die aufgabe zu sein zu essen aber später wenn ihr dadurch wieder genug kraft hat um euch ein bisschen zu bewegen dann verschiebt sich eure sicht immer mehr und mehr auf euch und was ihr erreichen könnt das ist eine tatsache die ich in vielen videos immer wieder erwähne und mir ist klar dass es ermüdend sein muss wenn man davon ein paar hintereinander sieht aber dieser fokus auf sich selbst ist das aller wichtigste und einer der gründe weshalb die kontaktsperre als einziges mittel gesehen werden kann das immer und bei jedem und in jeder situation erfolg hat man kann sehr viel anpassen jede situation jede oder jeder ex ist unterschiedlich ohne an sich selbst zu arbeiten oder der kontaktsperre gibt es vielleicht auch mittel und wege aber das hier die arbeit an sich selbst stück für stück von dem gedanken an die perfekte ex und das zurück wollen wegzukommen das ist ein garantierter weg selbst wieder glücklich zu werden seine eigene attraktivität die ex und andere qualitativ besser zu einem passende potenzielle partnerin wow dass ich das gerade gesagt habe steigern zu können ich kann euch den weg beschreiben aber sowohl den ersten schritt müsst ihr selbst machen als auch verstehen dass ihr euch nicht raussuchen könnt was ihr wollt und was sich von dem ganzen gut anhört ich kann euch garantieren dass meine art der kontaktsperre funktioniert und die beste möglichkeit darauf ist dass eure ex sich wieder für euch von sich aus interessiert wenn ihr aber nur lest kontaktsperre das googelt oder euch den 30 tage mist von anderen reinzieht und danach geht weil ihr euch denkt das ist leichter das ist kein leichter weg im gegenteil alles was ihr macht um ihn leichter zu machen schadet euch genau wie das fast immer der fall ist wenn es um erfolg geht oder darum besser zu sein als andere ein großteil der leute will immer den einfachen weg gehen und die paar die wirklich alles geben was sie haben die paar leute stechen mit weitem abstand aus der großen menge raus zu denen wollt ihr gehören und dazu gehört es sich so schnell es geht bestimmtes wissen über anziehung und bindung anzueignen seine probleme zu sehen und anzufangen daran zu arbeiten und in die kontaktsperre zu gehen nicht weil ich das sage oder denke dass ich die wahrheit mit löffeln gefressen habe sondern weil euer eigenes glück das ultimative ziel ist dass ihr jetzt schon habt und es liegt in eurer hand meistens scheitern wir an solchen dingen im leben weil wir die möglichkeit gar nicht sehen oder weil wir angst haben zu scheitern ich gebe euch jetzt den weg vor und zeige euch die möglichkeit auf die ihr habt ihr könnt euch dafür oder dagegen entscheiden meine aufgabe was das angeht ist getan die angst braucht ihr nicht zu haben denn das schlimmste was passieren kann ist dass es euch weiterhin so geht wie jetzt und das schlechte gefühl nicht vergeht und das wird nur der fall sein wenn ihr gar nichts macht oder wenn ihr euch weiterhin nur auf eure ex einschießt ihr müsst sie gar nicht vergessen die zeit wird ihr übriges tun was das angeht aber ihr müsst auf euch selbst schauen und wenn ihr diesen weg mal eingeschlagen habt werdet ihr sehen dass die trennung eine der besseren dinge war die euch im leben bisher passiert sind es ist vollkommen an euch wie ihr das alles seht ob sie zu den besseren oder zu den schlimmsten dingen in eurem leben gehört und das werdet ihr auch erst nach monaten wirklich erkennen ich hoffe ich kann euch auf dem weg helfen wenn ihr fragen oder themen für neue videos habt schreibt sie mir gerne in die kommentare meine mail steht in der beschreibung falls ihr individuelle hilfe braucht ich versuche das ganze so lange es meine zeit zulässt kostenlos für euch zu halten irgendwann werde ich allerdings für individuelle coachings auch was verlangen meine zeit ist genauso kostbar wie eure und es ist für mich schön euch direkt helfen zu können kostet aber nicht wenig von dieser zeit und manchmal auch gerne meine nerven und meine stimme wie man vielleicht gerade hört ich verspreche euch aber dass das hier transparent bleibt und euch niemals irgendwelche neuen erkenntnisse meinung oder sonst irgendwas in meinen videos verschwiegen werden damit ich ein bisschen extra kohle nebenher machen kann also damit macht's gut und bis zum nächsten video